Hallo Leute, ich will nicht sagen, dass mir das mit einem Mandanten schon mal in der Vergangenheit passiert ist. Aber stellt euch doch mal Folgendes vor. Ihr seid angeklagt und der große Tag der Verhandlung ist endlich gekommen. Alle inklusive euch sitzen schon im Gerichtssaal und warten gespannt darauf, dass es endlich losgehen kann. Nur einer fehlt noch, nämlich der wichtigste, genau, der Richter. Plötzlich geht die Tür auf, alle im Saal stehen auf und der Richter kommt in den Saal. Bis hierhin ein völlig normaler Ablauf, wie man ihn schon tausende Male bei Gericht erlebt hat. Ihr vielleicht auch. Aber irgendwas ist diesmal anders. Schaut euch den Richter mal etwas genauer an. Sofort merkt ihr, dass ihr den doch schon mal irgendwo gesehen habt. Aber wo? Auf einmal kommt es euch wieder in den Sinn und ihr sagt euch, verdammt, den kenne ich doch noch aus der Schule und da habe ich ihn immer in der Pause verprügelt. Eine ziemlich blöde Situation wäre das jetzt. Ausgerechnet der soll jetzt über euch entscheiden? Ausgerechnet der, den ihr regelmäßig verwemst habt? Was macht man da jetzt? Kann man denn dafür sorgen, dass ihr vielleicht einen anderen Richter bekommt? Und wenn ja, was müsst ihr dann machen? Und darum dreht es sich in diesem heutigen Video. Kann man einen Richter ablehnen oder nicht? Zuerst stellt sich aber die Frage, wer überhaupt darüber entscheidet, welchen Richter man überhaupt für ein Verfahren bekommt. Kann man sich das aussuchen? Wird das ausgelost? Oder wie läuft das? Naja, aussuchen ist natürlich klar. Das geht nicht. Wäre ja noch schöner. Habt ihr euch sicherlich schon denken können. Ausgelost wird es aber auch nicht. Allerdings kommt es dem Ganzen schon sehr viel näher. Es gibt nämlich einen sogenannten Geschäftsverteilungsplan. Den hat jedes Gericht. Da steht dann genau drin, welche Sachen der einzelne Richter jeweils macht. Also alle Strafsachen beim Amtsgericht macht zum Beispiel Richter Meier. Oftmals gibt es auch mehrere Strafrichter. Dann werden die Sachen unter den Richtern aufgeteilt. Beispielsweise alle Angeklagten, deren Nachnamen mit den Buchstaben A bis L anfängt, kommen dann zu Richter Meier. Der Rest zu meinetwegen Richter Schneider oder wie auch immer. Man kann also daran schon von vornherein erkennen, welchen Richter ihr wann bekommen würdet, sofern ihr angeklagt seid. Und wenn ihr dann etwa Richter Meier bekommt, werdet ihr den auch nicht so einfach los. Der ist dann erstmal für euch zuständig. Egal, was vorher war. Okay, natürlich können Richter auch mal die Stelle wechseln und dann kommt jemand anderes auf seinen Richterstuhl. Aber das kann man ja nicht beeinflussen. Da muss es doch noch mehr geben. Und das gibt es auch. Ein Richter kann nämlich dann ausgeschlossen werden, wenn er befangen ist. Befangen? Was heißt das eigentlich? Im Grunde ist es ganz einfach. Einfach ausgedrückt, der Richter ist nicht neutral und auch nicht unparteiisch. Das muss er nämlich nicht immer sein. Interessant ist dabei vor allem, dass er das im Grunde auch selbst anzeigen kann. In unserem Beispielsfall könnte der Richter das auch machen. Er könnte also sagen, nachdem er die Anklage gelesen hat, dass er noch heute total traumatisiert durch euer tägliches Pausenprogramm ist und deshalb nicht neutral an die Sache gehen kann. Tut er das nicht, kann der Anklagte ihn allerdings ebenfalls ablehnen. Befangenheitsantrag nennt sich das. Der Anklagte muss dann Gründe vortragen, warum der Richter nicht unvoreingenommen über die Sache entscheiden kann. Interessant ist dabei vor allem, dass der Richter noch nicht mal befangen sein muss. Der Anklagte muss es nur befürchten dürfen. Wie läuft das dann ab? Man muss quasi direkt den Richter ablehnen. Der muss sich dann dazu dienstlich äußern. Also zurück zu unserem Fall. Der Richter könnte zum Beispiel sagen, dass er sich nicht für befangen hält, weil er euch eure Prügelorgien schon längst verziehen hat und natürlich neutral ist. Und was passiert danach? Dann wird es spannend, weil dann ein anderer Richter über diesen Antrag entscheiden muss. Gibt er ihm statt, fliegt der bisherige Richter raus und ein neuer Richter kommt rein. Andernfalls bleibt er zuständig für euch. Und nun die letzte Frage. Wäre unser Richter in unserem Beispielfall denn befangen? Ich würde sagen, nein, das reicht wahrscheinlich noch nicht aus. Die Hürde ist da relativ hoch. Es gibt ein lustiges Beispiel, das mir immer einfällt, in dem so ein Antrag mal durchging. Der Richter machte damals in der Hauptverhandlung so eine Kopfabgehigste und sagte zum Anklagten, in einem anderen Land hätte man das mit ihnen für so eine Tat gemacht. Da hatte so ein Antrag tatsächlich mal Erfolg. Es kommt aber eher selten vor, dass man auf diese Weise einem Richter aus dem Verfahren rauskegeln kann. Ach ja, und übrigens, auch wenn ein Verteidiger den Richter selbst gar nicht ablehnen kann, sollte so ein Antrag immer einen Verteidiger stellen. Hier zeigt sich mal wieder, dass man stets einen Anwalt braucht, wenn einem Ärger in Strafsachen droht. Das war es dann mal wieder für heute. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Bis dann.